Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde am Showdown. Diesmal wieder mit MrSide und RedSkyline. Da ist es, da ist. Da ist es, da ist es. Scheiß Ding, ey. Oh, oh. Unter, ich falle ihn. Ich wollte gerade sagen, da geht's runter. Hier unten steht eine Toolbox. Mhm. Guckst du mal hin? Ich brauche einen Geldsäckchen. Ähm, Vögel? Das ist echt, das ist nicht weit weg. Mhm. Im Moment befinde ich nicht. Ich glaube, die fliegen sogar in unsere Richtung, ne? Mhm. Direkt vor uns. Mhm. So eine blöde Hälfte hier vor. Oh, das ist ein blöder Zombie, der die ausgelöst hat. Nee. Nee. Zumindest weiß ich, glaube ich, nicht aus. Aber da kommt China. Das sind sogar Blutmangel. Ja. 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 Oh, fair. Oh, fair ist das? Ach, come on wieder. Die Spur, du stopfst. Halt euch! Wo bist du? Wo bist denn du? Hans, lass töten. Töts safe. Lass ihn sein. Lass ihn sein. Hm. Oh, coi. Scheiße! Was ist das? Jetzt hüpft er gleich erst mal wieder. Ich bin gespannt, wann die das hinkriegen, dass es aufhört. Die können sich ja kaum noch trauen, die Map irgendwie zu öffnen. Ja, sind wir bei der Mapöffnung, ne? Ja, nachdem ein Boss gebannt wurde. Jetzt noch mal eine Toolbox. Oh, das war ein bisschen früh. Da hüpft er. Hm, hm, hm. 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 Ah, die haben auch schon... Die Ausgänge? Na, nee. Ah. Hm. Noch mehr Enten. Geh mal zum Wagen rüber. Hopp. Hier ist irgendwie ein Armord... ne Quatsch, ein Armord nicht an... Emu. Na, Emu. Aggro. Und Hühner auch, ne? Guck, hier. Du haste! Du haste! Du bist! Unbeuteile! Du bist! Anger! Du bist! Du bist! Und jetzt! Du bist! Nein, glaube ich! Because ich hab kein verdes Meer! Wo ich habe... Nichts! Du wirst! Wohin? Das ist irgendwie einer... Oh, hier noch ein Wiener. Einer war da oben. Einer ist da. Ne, ist noch einer da. Ach, die gehören nicht zusammen, okay. Down. Hebt. Von mir leider nicht. Schade, schade. Schade, bluten. Jetzt da hintergelaufen. Oben. Da, wo es brennt sozusagen. Das Wasser gefallen. Mhm. Mhm. Ist da in der Tür einer? Da im Fenster war auch einer. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Krass, der Sprung, oder? Mhm. Nicht auf meiner Seite hier. Oh, Alter. Ja, das war... ...und spätestens mal wieder abgestürzt. Nicht dein Ernst. Mhm. Okay, auf jeden Fall hier einer drinnen. Okay, eine Waffe guckt hier die ganze Zeit ganz wild raus. Ich kann aber nicht durch Wände schießen. Nee, ich will nicht. Ich könnte es, glaube ich. Mhm. Na, dann warten wir doch auf dich. Mhm. Oh. Das gab'n'Hit. Oh. Das war der Hight. Ich tot. Mit Gott, einer mit zu uns gestern geschwissen. Mann, ey, das ist doch sauter, du meine KT. Das ist hier nicht so oft. Bei mir ist einer direkt bei mir. Oh, fuck. Nicht gesehen, ey. Nicht gesehen, ey. Oh, Gott, erschrocken. Was für ein Zombie ist, okay. Sind alle tot? Nein. Äh. Jetzt. Vielleicht. Also, zumindest sind die beiden tot. Hallo, Boba, mir. Wenn ich nimm das Ding auf und guck. Na, kommt. Na, kommt. Na, kommt, 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 kommt. Und. Aber das nachladen hätt' ich tatsächlich vergessen. einfach. Er wirft... mh... W socio... Nö,Er hat aufgenommen Trollo, stimmt. Nö, Oh. auch weg was auf die ich glaube den guck mal auf den weil du kannst glaube ich wenn er tot ist ja das sieht easy aus da machen wir nochmal einen hin und da machen wir nochmal einen hin steh ruhig auf ach du bist ausgebrannt deswegen bist du tot komm sofort rüber ich habe mich voll erschrocken vor dem einen vorsicht ach so du gehst schon rüber die schlange zum töten zum töten ich meine zum nützen soo liegen ja nur leicht naja jede menge dann knutzt ihn wieder da wäre schön na gut kommen wir noch den großen holen ach so ja stimmt den gibt es ja auch noch da ist ja gut für den ich mache es sonst mit dem speer ich habe keine ausdauer mehr Vielen Dank. Ich würde den Dicken hier nochmal weghauen. Ich glaube eine Bombe. Ich glaube nicht, aber ich sehe es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? vorsicht da kommt er ja rein warum denn immer auf mich? nur mich hat er auch schon erwischt so, was hat er denn gedroppt? da, 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 da nur bitte ruhig du mal raus, oder? okay, baum auf den Fall Oh! 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 Huh? Huh? Oh! Ah! Ah! Hier läuft glaube ich noch ein Dicker Den mache ich nochmal eben Oh! 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?